Hallo, mein Name ist Uwe Grefrath vom Institut ServiceCheck. Wir führen Kundenzufriedenheitsbefragungen europaweit durch. Heute zeichnen wir Möbel-Devler in Fissbeck aus. Mittlerweile im sechsten Jahr erzielte Möbel-Devler mit der hervorragenden Note 1,5 sehr gut in der Kundenzufriedenheitsbewertung die Bestnote. Mehr als 1400 Kunden haben mittlerweile entschieden und halten Möbel-Devler für besonders empfehlenswert. Besonders freut es uns, dass wir mit unserem System Möbel-Devler dabei unterstützen können, seinen Service stetig mehr und mehr zu verbessern und entsprechend den Kundenwünschen anzupassen. Diese absolute Kundenorientierung von Möbel-Devler spiegelt sich in den Befragungsergebnissen auch im Einzelnen wieder. Deshalb sind wir stolz, auch Möbel-Devler dieses Jahr wieder mit der Bestnote auszuzeichnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017